Was wir eben machen ist, solche Fonds im Zweitmarkt aufzulegen von Anlegern, die veräußern wollen, dann auch eben die Anteile entsprechend auch anzukaufen und denen auch die Möglichkeit zu geben zu veräußern. Was sich hier bei den Produkten wie so ein roter Faden durchzieht, ist einmal die Konzentration auf den deutschen Markt, auch das, wir sind konzentriert auf den deutschen Markt, auf deutsche Immobilien. Das Zweite ist ein hohes Maß an Sicherheit durch Streuung letztendlich auch, weil wir, auch wir, sind breit gestreut im Markt unterwegs und eine gute Rendite durch einen günstigen Einkauf. Das werden Sie auch bei uns wiederfinden, wenn wir uns dem Thema Realinvestings nähern. Stellen Sie sich mal einen Anleger vor, der vier verschiedene Fonds gekauft hat. Da ist einmal der DG 43, Berlin, Pariser Platz. Dann hat er gekauft von Commerzbank, den CFB 137. Das ist in Frankfurt, in der Mainzer Landstraße, das Abwicklungszentrum und Rechenzentrum der Commerzbank. Dann hat er in Berlin das Alexanderhaus gekauft, direkt am Alexanderplatz gelegen. Dort ist die Sparkasse untergebracht. Und er hat in München, genau genommen in Pulach bei München, Sixt Gardens gekauft. Das heißt, die Unternehmenszentrale von der Firma Sixt, also Autovermieter. Nehmen Sie an, der Anleger hat 25.000 Euro bezahlt für jeden Fonds und hat damit insgesamt 100.000 Euro investiert. Die Fonds, die er gekauft hat, sind eigentlich alle gut. Das sieht schön aus. Nicht immer das, was mal ursprünglich geplant war, wenn man sich den DG 43 anzieht, sind es statt 4% 3%. Beim CFB 137 5 Dreiviertel geplant und 4 Dreiviertel erwirtschaftet. Beim IBV Alexanderhaus statt der 6%. 8,8% ist eben auch ein Fonds, der man mehr ausschüttet als geplant. Und der DFH 75 Sixt Gardens mit 6 Dreiviertel zu 5,5% ist. Im Regelfall liegt es eben auch daran, dass die Inflation, die manchmal eben auch sehr optimistisch geplant wurde, nicht eingetreten ist und die Mieten dementsprechend nicht angepasst werden konnten. Und der Anleger, 100.000 hat er investiert, bekommen hat er 5.520. Das macht eine Rendite von 5,5%. Das lässt sich relativ einfach rechnen. Und wenn wir diese Anteile kaufen, dann geben wir für dieses Portfolio uns Originalpreise 60.250 Euro aus. Das heißt, wir hebeln die Rendite auf 9,2%. Ohne Fremdkapital, sondern nur allein durch einen günstigen Ankauf. Und diese Vermeidung von Risiken, dass wir nicht hier nochmal einen Leverage draufsetzen auf ein Portfolio, das ja die geschlossenen Immobilienfonds sind ja immer noch fremdfinanziert, dass wir hier nicht nochmal einen Hebel dran setzen, sondern eben über einen günstigen Ankauf das erreichen. Das ist eben eines der Prinzipien auch von realen Wissen. Und mit dieser Folie haben Sie eigentlich alles Wesentliche drauf, was Sie brauchen, um einen realen Wissen zu verstehen. Was wir im Zweitmarkt machen. Wir haben eine Streuung, natürlich nicht 4 Immobilien. Wir haben unseren Fonds 30, 40, 50, 60 beschlossene Immobilienfonds, teilweise sogar 70 beschlossene Immobilienfonds. Wir haben einen günstigen Ankauf. Wir haben eine breite Streuung regional über das ganze Bundesgebiet hinweg. Wir haben eine Streuung über Mieter hinweg, über Nutzungsarten, über finanzierende Banken in den Zielfonds. Das heißt, wir sind hier auch nicht unbedingt abhängig von einer Bank. Und das bietet letztendlich dem Anleger ein hohes Maß an Sicherheit. Sie haben vorhin gesehen, wir haben rund 60.000 Euro für dieses Portfolio ausgegeben. Warum? Wie kommen wir zu diesem Preis? Wir haben kein Verkehrswertgutachten. Das gibt es bei geschlossenen Immobilienfonds nicht. Aber es gibt die Deutsche Fonds Research zum Beispiel, ein Schwesterunternehmen von uns, das Fonds bewertet. Das basiert auf dem, was wir mal aufgebaut haben. Im Hinblick auf die kommenden Regelungen, AIFM, haben wir das ausgelagert in eine neutrale Stelle. Und die Deutsche Fonds Research bietet ihre Dienstleistungen eben im Bankenbereich zum Beispiel auch an. Und auch von Unternehmen. Weil auch Unternehmen fragen nach, wie werden Fonds bewertet. Zum Beispiel, die machen ja auch Schiffsfonds, die sie bewerten. Da ist auch ein Unternehmen da. Das fragt einfach nach, kann, wenn ich einen Motor, Schiffsmotor liefere, kann die Fondsgesellschaft überhaupt das bezahlen? Und die haben da schon einige schlechte Erfahrungen gemacht und sind daher dazu übergegangen, jetzt vorher einfach mal abzufragen. Nun, sie bieten uns heute ein professionelles Research an. Das heißt, wir haben schon im Hinblick auf AIFM letztendlich die Weichen gestellt, um hier neutrale Bewertungen auch darstellen zu können. Nun, was passiert da? Auf der einen Seite braucht man die Bewertung der Immobilie. Und da haben wir natürlich heute aktuelle Daten. Das heißt, ich habe Marktberichte, ich habe Informationen von Jones-Lengler-Sahl und Artis Real, wie sie alle heißen, die wir natürlich verarbeiten, wo wir Informationen über die Vermietung und die Mieten für Vielfältiger darin verarbeiten. Das Zweite ist, ich habe natürlich auch Informationen, wie steht der Fonds heute, wie sind die Immobilien heute vermietet. Das heißt, ich nehme erst mal an, die Immobilie, dieser Vertrag, dieser Mietvertrag, der besteht, wird erfüllt. Dann kommt, wenn der Vertrag ausläuft, wird in zwei Varianten gerechnet, einmal Mieter bleibt oder einmal Mieter wechselt, wird dann die neue Miete angesetzt, die Marktmiete. Und gegebenenfalls, wenn Mieterwechsel ist, kommen natürlich noch erhebliche Kosten drauf zu. Also, wir sind kaum ein Emissionsprospekt, mal, dass hier ausreichend Kosten mal mit eingeplant wurden. Aber wir unterscheiden uns ja von der reinen Immobilienbewertung. Ich muss ja einen Fonds bewerten und da kommt als nächstes mal ein großer Kostenblock, erstmal die Finanzierung dazu. Und auch da haben wir spezielle Ansätze, wie wir Finanzierungen rechnen. Also, wir gehen davon aus, dass die Finanzierung jetzt erstmal durchgehalten wird. Fremdwährungsfinanzierung, auch das gibt es. Schweizer Frankenfinanzierung war ja mal sehr beliebt, sogar Jenenfinanzierung gibt es. Die werden eben zu aktuellen Werten angesetzt. Und da sieht man auf einmal, dass die Tilgungen, die über 10 Jahre, 15 Jahre erfolgten, dass die schon komplett aufgefressen sind, allein durch den Schweizer Frankenkurs. Und dann kommen die Fondkosten dazu. Auch von den Zielfonds entstehen ja Kosten. So, dass wir eigentlich machen wir folgendes. Wir bauen so die Tapete, die ursprünglich mal im Emissionsprospekt war, bauen wir aufgrund aktueller Informationen nach. Wir ermitteln die ausschüttungsfähigen Ergebnisse und die werden zu 12% abdiskontiert. Nach 10 Jahren unterstellen wir, dass die Immobilie veräußert wird. Und 10 Jahre bei 12% Abdiskontierung heißt, der Endwert fließt gerade nochmal mit so um die 30% etwa heute als Barwert mit rein. Das ist eben bei 12% Diskontierung ergibt sich das. So, und von diesem Wert geben wir einen Sicherheitsabschlag von 10%, weil wir eben auch sagen, es gibt noch zusätzliche Risiken möglicherweise. Und das ist der Wert, der oberste Wert, zu dem wir ankaufen. Das heißt, wir haben hier eine sehr dezidierte Bewertung von diesen beschlossenen Fonds, die wir erwerben wollen. Diese Bewertung wird im Regelfall mindestens einmal im Jahr gemacht, aber im Regelfall viermal im Jahr. Das ist so, immer wenn neue Informationen kommen, wenn ein neuer Geschäftsbericht kommt, wenn irgendwas durch die Presse geht, werden wir, weil eine Neuvermietung stattgefunden hat, gehen wir nochmal neu in die Bewertung rein und schauen uns an, wie sich das auswirkt. Core-Immobilien. Sie sehen auf Ihren Plätzen unser Häuschen. Das ist natürlich keine Core-Immobilie. Aber das dürfen Sie dann trotzdem mitnehmen, auch wenn es keine Core-Immobilie ist. Was ist Core-Immobilie? Dieser Begriff ist ja heute auch schon so weit verwandt, so weit gedehnt worden. Es gibt unterschiedliche Begriffe für Bürogebäude, für Handelsgebäude, was auch sinnvoll ist. Aber Core, wenn Sie dann in Erlangen auf einmal ein Core-Immobilie haben, das ist nicht der klassische Begriff Core-Immobilie. Es sind die fünf oder sieben Top-Standorte in Deutschland, also Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München. Und dort wirklich die ganz zentrale Lage im Kerngebiet, das sogenannte Central Business District. Das ist echtes Core. Und Core-Immobilie sind gefragt, nur Core-Immobilie sind extrem teuer. Wir hatten vorhin schon mal so mit Immobilien-Venditen gesprochen. Was glauben Sie, was Sie aus einer Core-Immobilie im Augenblick an eine Rendite erzielen? Hat jemand eine Idee? Wenn der vorhin mal gehört, so 6,5, 7,5 Prozent Mietrendite, das kriegen Sie bei Core-Immobilie nicht. Fünf? Fünf? Vier ist schon näher dran. Irgendwo zwischen drei, eher Tendenz, nicht um vier Prozent etwa. Dann stellt sich mal vor, Sie kaufen sich so eine Immobilie mit vier Prozent, machen ein Fondskonstrukt drumherum. Was kommt beim Anleger raus? Weniger. Weniger, deutlich weniger. Deutlich weniger. Das ist ja die Kosten am Anfang, die ja von der Investition erst mal abgehen. Und dann haben Sie auf der anderen Seite, können Sie über Leverage im Augenblick dann auch nicht mehr viel machen. Sie können keine Erhöhung machen, weil die Immobilie auch relativ wenig bringt. Und das ist ein Produkt, das eigentlich für den geschlossenen Immobilienfonds absolut untauglich ist. Im Zweitmarkt können Sie aber sowas erwerben. Das ist ein Produkt, das ist ein Produkt, das ist ein Produkt.